Hallo, ich bin Fabian Pasewald. Ich bin Gründer des jungen mitteldeutschen Vokalensembles. Das ist ein Kammerchor aus etwa 24 jungen Menschen, die aus ganz vielen verschiedenen Regionen Mitteldeutschlands projektweise zusammenkommen und auf hohem Niveau mit ganz viel Musizierfreude sich klassischer Vokalmusik widmen. Wir sind quasi ein Kind der Pandemie. Das bedeutet, wir haben uns mitten in der Corona-Pandemie gegründet und hatten bisher kaum Möglichkeiten aufzutreten. Aber dieses Jahr im November führen wir das Mozart-Requiem auf in Jena mit einem ganz tollen Orchester aus Jena, der Cappella Jenensis, auf historischen Instrumenten, ganz tollen Solistinnen und Solisten und natürlich dem jungen mitteldeutschen Vokalensembles. Und ich möchte euch ganz kurz etwas über unser Crowdfunding-Projekt erzählen. Wir wollen alle unsere Konzertmitschnitte online mit- und nacherlebbar machen. Das bedeutet, wir wollen professionelle Mitschnitte unserer Konzerte, die wollen wir digitalisieren und über die sozialen Medien, zum Beispiel YouTube, Facebook, Instagram, zugänglich machen. Deswegen brauchen wir eine Webseite. Wir brauchen technisches und professionelles Know-how für die Mitschnitte. Und deswegen nehmen wir an dieser Crowdfunding-Aktion teil. Dafür brauchen wir finanzielle Unterstützung. Denn dieses technische, professionelle Know-how, was man dafür braucht, das müssen wir uns einfach dazuholen zu unseren Projekten. Wir freuen uns über ganz viele Unterstützerinnen und Unterstützer. Und wir wünschen euch ganz viel Spaß beim Durchstöbern unserer Aktionsseite hier. Schaut mal, es gibt tolle Dankeschöns. Bitte, wir freuen uns auf eure Unterstützung. Und hoffentlich sehen wir uns bald entweder analog im Konzertraum oder im digitalen Raum. Macht's gut! Nach substitution zu interesseren,Life umrede Moment. Todd Pilger Christin 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 Untertitelung des ZDF, 2020